Ausflug in ein Museum Anna besucht Peter in Berlin. Sie wollen in ein Museum gehen. Mit dem Bus fahren sie zum Museum. Vor dem Museum stehen Leute an. Heute ist viel los. Anna und Peter müssen warten. An der Kasse bezahlt Peter den Eintritt. Sein Ticket kostet 16 Euro. Anna ist Studentin und bezahlt 2 Euro weniger. Im Museum sind viele Menschen. Hier können sie sich Kunst ansehen. An den Wänden hängen Bilder. Anna sieht ein bekanntes Gemälde. Es zeigt eine Frau in bunten Farben. Peter betrachtet eine schöne Statue. Dann machen Anna und Peter eine Führung mit. Ein Mann erzählt etwas zu den Bildern und sie hören zu. In welchem Jahr ist das Gemälde entstanden? Wer hat das Bild gemalt? Welche Geschichte gibt es zu dem Bild? Anna und Peter lernen viel über Kunst. Amen. Dann können Sie das Bild gemalt Untertitelung des ZDF, 2020